Geht's schon richtig ab? Ja. Thomas, grüß dich, herzlich willkommen. Was ist denn da los Alter? Alter, wie die Kaputten. Aufpassen nicht, dass wir auch gleich hier, das ist immer noch viel Stimme. Aber sollen sie sich mal gegenseitig fertig machen, das ist gut für uns. Ja, ja. Können wir Brücke oder gehen wir unten lang? Ich wollte fast Brücke sagen, oder? Ja. Nicht, dass da drüben einer auf uns wartet. Hier hast du ja den Sporn und da vorne hast du den Sporn. Das ist auch immer ein bisschen Schiss. Und die Ratten warten manchmal nämlich hier, dass du von hinten vorkommst. Und unten sitzen die dann im Gebüsch. Uh. Uh. Heute gibt es ja reichlich Garten. Was gibt es denn? Ich habe die Milch, ich habe einen feinen Apple-Juice. Ah ja. Ein Emilia. Hey. Weiß auch was drin. Weihnachten. Bei Pengi ist Weihnachten. Was? Hast du? Ne. Wo ist er? Wo ist er? Es ist doch Weihnachtsmann gewesen, Alter. Ich habe... Scheiße. Ah. Ey Mist. Ich habe einen Weihnachtsmann erschossen. Er hat einen geilen Rucksack. Lütt den. Ja. Jetzt hast du auch minus 1,5 wahrscheinlich. Mann. Das. Kefs schießen. Och Mann, der arme Kerl. Ich habe den ja noch nie gesehen. Mann. Aber es bewaffnet bis an die Zähne, Alter. Der Hund. Geschenke... Oh. Mal raus hier. Was hat er an seinem Rucksack? Aber das sind bestimmt die Skeffs, die da um den Boom rumtanzen. Ach ja, stimmt. Du hast recht. Die tanzen ja drumrum wie die Wahnsinnigen. Wie die Kuppies. Was ist denn das? Was? Ui. Was da rein? So, na dann weiter. Mist, Alter. Sollen wir mal nach auf dem Bild gucken, hier auf dem Abschiedsbild. Abschiedsbild. Auf der Statistik. Am Schluss des Raids. Da siehst du dann den Minus. Scheiße. Die ganze Arbeit umsonst. Ich habe meinen Arsch aufgerissen für Fans, für diesen Idioten. Und dann kommt... Oh, da ist er noch. Oh, da ist er noch. Schon? Das. Den hast du fertig gemacht. Den Hedgling. Oh. Von drüben? Ja. Ich würde den ungern looten. Ja. Können wir vielleicht nachher nochmal hingucken. Da hat sowieso nichts gehabt. Das war so ein Hedgling mit Pistole, glaube ich. Ja. Bevor wir da reinrammeln, würde ich gerne noch mal mit dem Magazin abholen. Ja. Lass uns hier oben auf dem Berg. Weißt du? Da haben wir den guten, den besseren Überblick. Korrekt. Wo ist das da? Da haben sich die ganzen Vollidioten vielleicht auch schon rausverpisst als Burben. Ja. Den muss ich mal hinlegen hier. Ach man, musste der Weihnachtsmann sterben. Er musste. Jetzt weiß ich, wie er aussieht beim nächsten Mal. Ach man. 114 ist in Zweierdoms, ne? Ja. Und 203 ist dann im Dreier. Mhm. Okay. Wir sind jetzt bestimmt die ganze Zeit. Nee, 203 ist im Dreier und 114 ist im Zweier. Hast du sowieso gesagt? Ich bin fertig. Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Ich auch nicht mehr. Aber wir müssen ja... Ich würde sagen, wir gehen zuerst in 203. Mhm. Genau. Weil wir ja beide die Quest haben. Mhm. Und dann können wir ja nochmal gucken. Vielleicht machen wir das dann einfach nochmal extra. Das wird dann so heikel. Ach so, ehrlich? Ich dachte, wir machen es ja mit einem Aufwasch. Ja, dann machen wir es mit einem Aufwasch. Also, lass uns mal gucken. Ich bin noch ab Klippen. Ich habe einen 60er. Es dauert noch eine Weine. Ach so. Okay. Alles gut. Bevor du dich da unten in Teufels Küche stürzt. Mhm. Also wir müssen ja eh zuerst in 203, ne? Also in den 3. Genau. War das hinten in der Ecke? Ja. Lohnt es sich von hinten ranzugehen. Über die Metallleiter, oder? Auf die linke. Also im Dschungel raus. Ja. Oder täuscht das? Ich weiß es nicht mal, Benji. Ich kenne mich in den scheiß Doms nicht so gut aus. Von der Brücke, ne? Gibst du noch? Hast du nachgelappt? Ja. Ich habe hier ein Magazin gewechselt. Ja. So, Mast. Wenigstens der Stil echt mit Schneemann und so. Geil. So, ich bin fertig. Wo bist du? Ah, da. Du bist neben dir. Mhm. Also was sagst du? Hier rein oder auf der anderen Seite rein? Hm. Wir müssen halt durch den ganzen Gang dann rennen, wenn wir hier rein machen. Ja, und das ist halt das Problem. Vier hintereinander. Ja. Beschwer dich bei Twitch. Oder hau ein Abo raus. Dann ist es weg, habe ich mir sagen lassen. Du bist schon so weit vorn? Ja, wo bist du? Ich habe nur eine Werbung pro Stunde eingestellt. Metallleiter, hab ich gehört. Irgendwas mit Metall. Okay. Dann aber auch der Fensterraum gewesen, so wie du raus kannst. Ja? Hm. Mal langsam vorgehen. Wie gesagt, ich habe nur eine Werbung pro Stunde eingestellt. Und das auch bloß für 30 Sekunden. Aber Twitch macht dann halt das volle Programm draus. Da ist also was drinnen da oben. Das ist ja nicht welche Etage, ne? Ja, aber nicht viel. Welche Etage ist offen? Willst du mir wirklich Metalltreppe hoch oder wollen wir unten durchs Bad? Das ist alles Kacke irgendwie. Alles ist Kacke, ja. Da müssen, glaube ich, schon tausend Mal Werbung gucken, damit... Naja, dann lohnt es sich immer noch nicht, um es mal so auszudrücken. Wie laut hört man die Metalltreppe, wenn man ganz langsam geht? Was ist denn so eine Sache? Ich weiß es nicht, Benji. Guck mal. Oh, ich würde vielleicht mich durchs Bad reinschleichen. Springen, das wird ja bestimmt, oder? So, ich bin jetzt im Bad. Mhm. Gehen wir von der anderen Seite ran, hm? Also ich geh jetzt mal die Metalltreppe hoch. Ja. Schießt du? Ja, hab einen. Okay. Weiß noch einer? Ich muss mal kurz mich schon... Wo ist der? Wo ist der? Ich hab jetzt die Tür aufgemacht. Warst du auf Fliesen? Ja, ja, ja. Okay, gut. Dann machst du das bestimmt. Ne, da kam hier oben raus aus der zweiten Tasche. Ah. War das bestimmt der möglicherweise, der da oben rumgeballert hat? Mhm. Ja, ich glaube mit Werbung machst du hier auf Twitch dein Geld. Als Streamer. Jedenfalls nicht, wenn du so ein Mini-Streamer bist wie ich. Für die Großen, die vielleicht jemand oder so, die ja 50.000 Zuschauer haben, da lohnt sich das schon. Geht kurz nach? Mhm. Ich komm mal hoch in eine zweite. Also ich versuch's mal. Mhm. Bist du durch im Gebüsch gelaufen? Ich bin stand im Gebüsch, glaub ich. Ah, okay. Bin mal bei der Leiche irgendwo unten. Ja, da läuft einer. Ich lauf gerade. Jetzt lauf ich nicht mehr. Hast du dich hingelegt gerade? Ja, ja. Okay, bist du oben oder draußen? Draußen. Ich bin draußen gewesen. Mhm. Aber du hast den oben erschossen, oder? Nee. Der ist hier leider runtergekommen, der hat schon abgeknallt. Ach so. Pascal, hast du eigentlich schon wieder ins Shooter-Change zurückgefunden? Oder hast du immer sag's immer noch? Nee. Das ist jetzt. Nie wieder. Nie wieder Shooter. Ja, ich guck mal hoch benschen. Mhm. Ist immer noch raus. Mal gucken, wie die Tote in den Weihnachtsbaum drumherum tanzen. Boah, die liegen alle tot in der Ecke. Es hat sich ausgedanzt. Ich komm hoch. Hier liegt auch ein Toter. Siehst du meinen Licht, Benji? Nee. Hier. Da hin? Ja. Ist das der 203, oder was? Ich glaube, hier müssen wir über das Bett rüber, ja. Okay, nach unten. Okay, nach unten. Da kommt nahe, hm? 204, 206. So. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. So, wird es raus hier, oder? Ja. Der Baller kommt nicht. Unnahe. Da rüber ins Zweier. Können wir hinten die Treppe runter? Ja, würde ich auch vorstellen. Es gibt nämlich die Quest, dass wir die umschießen, ruhig. Die kriegst du beim Kugel. Ui. Ja. Die kriegst du nicht. Nicht aufheben. Hm. Nee, wieso kann man die nicht aufheben? Ach, die hat dann noch im Inventar wahrscheinlich. Die packt bloß wahrscheinlich wieder raus. Luca, herzlich willkommen. Grüß dich. Bei Nitrator, glaube ich, hatte ich den Arc-Server gemietet. Warte mal, ich muss das bänken noch. Nicht, dass mich einer anschießt. Ich kann nicht mal laufen. Was flog denn da? Wie hast du das weggeschmissen? Ja. Ich bin nicht zurück. Ich glaube, Nitrator war das. Luca. Hinten kommen wir nicht durch. Wir müssen durch den Haupteingang, ne? Ja. Das ist auch schön. Aber wir können doch hinten durch, durch Fenster, ne? Ja. Ja. Aber ich bin zu überlagen. Mal sehen, was wird. Oh. Trinkt heiß. Oh, er hat es geschafft. Oh Mann. Ich bin zu blöd, Alter. Jetzt. Ui. Da frisst er schon wieder. Ja. 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 Jus. 35. Aber ich glaube, jetzt habe ich den Weihnachtsmann noch komplett umsonst erschossen. Weil ich habe nicht mehr die Quest mit der Mütze. Ja. Das wird trotzdem sogar schon ab. Aber Weihnachtskugeln. Schlüssel umsonst geholt. Das muss man ja eigentlich nicht. Das muss man ja machen. Na, hier musst du irgendwas rausnehmen. Hier, den Koffer vom Safe. Ach ja. Was? Ich habe keinen Platz. Oh, nee. Weil du schon ein anderes Quest-Inventar-Item hast wahrscheinlich. Ey, was ist denn das für ein Mist? Kacke. Oh, ey. Da kann man nicht mal zwei Quests an einem Stück machen. Oh, ja. Der ist riesengroß. Hä? Nee, warte mal. Ich habe doch aber auch beide Dinger. Ich habe beides. Guck mal an deinen Quest-Inventar. Ah. Ich habe hier irgendein Paket. Ah. Du hast es nicht abgegeben. Ich habe es nicht abgegeben. Scheiß. Scheiß. Mist. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ich kann es aber nicht verschieben. Was ist denn da los? Scheiße, ich habe die Quest nicht ab hier im Banshee. Scheiße, das ist wirklich ärgerlich. Ja, richtig. Müssen wir nochmal hier rein. Mist. Jetzt kannst du entscheiden. Entweder haust du das andere weg und nimmst das hier mit. Und wir gehen dann einfach nur noch in Big Red, oder? Wir müssen nochmal hier rein. Das kannst du jetzt... Warum kann ich... Das ist doch doof. Warum kann ich es nicht verschieben? Der Koffer braucht bestimmt viermal... Also es ist auch viermal vier wahrscheinlich, oder? Das ist relativ groß, ja. Das ist nur das Koffer. Na viermal vier, genau. So, wenn ich das Paket hier verschieben könnte, oder den Koffer hier runterziehen könnte, dann hätte ich Platz. Aber es geht nicht. Es ist doch... Bekloppt, Alter. Warum kann man hier drinnen nicht... Oh, ey. Es ist... Es ist richtig Sackgang. Geht mir manchmal richtig auf den Sack. So eine gekrollte Scheiße. Jetzt kann ich da nochmal reinlatschen. Da schießt einer draußen Scaps. Aber wir laufen hinten lang, würde ich sagen. Wir machen uns aus dem Klo wieder raus. Wo muss man raus? Ähm... ZB. Die ganze ZBs. Oder Old Gas. Old Gas, ne. Das ist... Kacke. Da sieht einer mal ein APK. Würde ich sagen. Mhm. Leit weg hier. Wir müssen was abgeben. Wir haben zu tun. Wir haben zu tun. Wir sind beschäftigt. Männer bei der Arbeit. Das bist du. Ich bin Arzt. Ich bin ja Lieferant, Junge. Ich bin ja DHL, Junge. Ich habe Pakete auszuliefern. Weihnachtspakete. Kommen zu spät. Aber egal. Die Leute feiern mich trotzdem. Die Map außen? Grenze lang? Ja. Das ist hier durch. Stave Route sozusagen. Mh. 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 Der liegt da hinten, so trostloses Häuten-Erend. Machst du mal den Stash an? Ja. Hier ist so ein Ratchet drin, so eine komische Zange, wisst ihr? Aha, aha. Ich überlege, ob ich diesen UN-Helm mitnehme. Scheiß drauf. Ja, nimm mit und verkauf. Was kannst du? Nee, da müsste ich auch was Gutes wegwerfen. Nee. Nee, 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 komm zu dir. Die Quest wird ja eh noch nicht kommen, weil ich hab ja noch nicht mal Peacekeeper. Und jetzt da ewig dann mit diesem blöden blauen Helm in mir drauf zu haben. Also im Stash. Ja. Nimm dir auch vier Plätze ein. Ich dachte, du hattest Platz oder so. Nee, nee, ich bin voll bis Obergrenze. Leider. Okay, ich kann noch was vertragen. Dabei machst du mir einen Rucksack, war ja leer. Achst du? Hm. Aber... Der Helm ist halt hinten jetzt in dem Stash drin. Ja, ach, drauf geschissen. Ich versuche, hier rauszukommen, weil ich mehr gekonnt habe. Also mal hier vorne gucken. Hier vorne liegen auch noch manchmal so Sachen drin. Im Tisch. Ja. In Kisten hier. Und Cracker. Cracker. Mr. Cracker. Mrs. Cracker. Kringles. Mrs. Esther House. Sehr subtil, Mrs. Esther House. Mrs. Esther House. Bist du schon drüben? Nee, nee, ich bin hinterm Stapler. Achso. Ich bin hinterm Stapler. Gabelstapler Benji. Ich hab mal ein bisschen, ein bisschen gelauscht. Ich hab hier aber sicher schon ab nichts gehört. Also kein Skeptiker oder ähnliches. Oder sonstiges Geziefer. Mhm. Auf jeden Fall sehr stark überladen. Ich tu nicht mehr regenerieren. Achso. Aber wir sind ja gleich da. Was? Engi, komm. Geil. Ach man. Das war so schön gewesen. Es wär auch so. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Boah. Bis zum nächsten Mal.